Das Warm-up, das Aufwärmen in der Pause beim Spiel Hier wird Kastilvereinig und Fettrich Oberfranken gegen die Münchner Bayern. So ganz nebenbei, gleichzeitig steht die Fußballmannschaft auf dem Fußballplatz. Beide Spiele haben gleichzeitig begonnen, nämlich um 18.30 Uhr. Hier steht es meines Wissens 2 zu 2. Doppel hat man sich die Punkte geteilt, Einzel hat man sich die Punkte geteilt. Guman gewinnt gegen Michael Plattner. Und der Slowski verliert gegen Florian Schreiner 3 zu 1. Die Videos dazu auf YouTube. Kanal Reinhard Starnbächer. Suchwort der Feltrich gegen FC Bayern München. 2017 11.25. Die nächsten Protagonisten. Also Florian Schreiner, äh Quatsch, Florian Keindl, natürlich. Und Julian Diemer für die Bayern. Und jetzt im Wind Alexander Rathaset und Marius Zaus.